Alles klar, Flieger. Bringen wir die Süßen zu ihren Mamas und Appas. Hey, Sie kommen. Und ein Quack-Kiddy-Quack auch für euch. Heidi, sieh nur, da ist JP. Willkommen zu eurem Tag bei TOTS. Mein Name ist JP und ich bin ein Super-Duper-Flieger. Oh, wow! Heute habt ihr sehr glücklichen Kinder, der Storch-Gemeinschaftsvorschüler, die unbeschreiblich große und einzigartige Ehre, moi, bei einer Baby-Lieferung zu begleiten. Oh, das ist eine Ehre. Werden Sie uns zeigen, wie Sie die Babys nach Hause bringen, Mr. JP? Wollen wir sehen, wollen wir sehen! Nicht nur das, ich bringe euch sogar bei, wie man das macht. Wisst ihr, man kann die Babys richtig nach Hause bringen und man kann sie falsch nach Hause bringen. Ach, echt? Aber ihr müsst immer der roten Flagge folgen, egal wo sie ist und was auch passiert. Der roten Flagge folgen, egal wo sie ist und was auch passiert. JP, ein Moment. Der Fotograf ist hier, um ein Bild von dir für das Cover der Storch-Umschau zu machen. Oh, sehr schön. Excusez-moi. Echt cool! Ja, ja, bin ich, ich weiß. Guten Morgen, Pip und Freddy. Habt ihr zwei nicht etwas vergessen? Mein Hut, meine Schuhe, mein Larm, Freddy! Ja, richtig! Nein, Freddy, sie meint die kleinen Enten. Wir müssen sie zu ihren Eltern bringen. Quack, 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 quack! Wir machen uns auf den Weg, Captain Beakman. Guten Flug, Nachwuchsflieger. Los geht's, Freddy! Ich geh auch los, Pip! Der roten Flagge folgen, egal wo sie ist. Und was auch passiert. Ja! Die Starterlaubnis ist erteilt! Flamingo! Flamingo! Bitte nur meine Schokoladenseite. Warten Sie, ich habe nur Schokoladenseiten. Es ist nicht immer einfach, so unglaublich zu sein. Berge. Kiefern. Ententeich, auf zum Ententeich! Durch die Luft wie im Raketenflug. Die Babys bringen wir nach Haus. Bald werdet ihr die Familie sehen. Die Babys bringen wir nach Haus. Ich seh den Plan an. Und ihr macht das schlatt an. Pip und Freddy steht bereit und los. La-da-da-da-da-da-da, die Babys bringen wir nach Haus. La-da-da-da-da-da, die Babys bringen wir nach Haus. Die Babys bringen wir nach Haus. La-da-da-da-da-da-da, die Babys bringen wir nach Haus. Freddy, diese Kinder, die einen Ausflug machen, folgen uns. Ach, echt? Auf jeden Fall folgen sie uns. Wieso folgt ihr uns denn, Kinder? Der roten Flagge folgen, egal wo sie ist. Und was auch passiert. Flagge? Welche Flagge? Wow, das ist J.P.'s Flagge. Sie denken, sie machen ihren Ausflug mit uns. Es tut mir wirklich leid. Aber ihr solltet eigentlich J.P. folgen, nicht uns. Aber wir sollen heute lernen, wie man ein Baby nach Hause bringt. Bringt ihr ein Baby nach Hause? Fünf. Und bringt ihr es uns bei? Total gern. Freddy, wir sind nur Nachwuchspfleger. Wir lernen doch selbst noch. Aber sieh sie dir an, Pip. Sie sind so süß. Hä? Ja. Bitte. Okay, wir zeigen euch, wie man ein Baby liefert. Juhu. Schau Totz im Disney Channel.